Ein herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Im letzten Part sind wir ja in Tantal angekommen. Und Pyra streckt sich erstmal so ein bisschen... Oh, ja, ich war jetzt langweilig. Okay, ich höre ja schon zu oft zu reden. Wir gehen zum König, denn dort werden wir auch schon erwartet. Und ich bin ja gespannt, was... Ach ja, was ich euch sagen kann. Morag hat ja im letzten Part am Ende noch diese Dinger hier angeguckt. Und irgendwas von Thora gesagt, dass er sich bereit machen soll. Ich habe keine Ahnung, was die meinten. Naja, egal. Wir gehen jetzt erstmal trotzdem weiter rein. Und bitten um Audienz. Okay. 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 Oh? Lex! Homura! 離開! Homura! Homura! Wait, father. What did you do? What did you do? What did you do? It's late, Jeek. You can't burn the world. 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 It's not a joke. Lekka, I'll help you! Yes. There's an energy of the world! Your mother! Let's stop the resistance of the world. You can't burn the world. I can't burn the world. My goal is to destroy the world. I don't think I can take all your life. Zerich,陛下. I'm here, and I'm here, and I'm here. I'm here. I can't remember. I can't remember. I can't remember. You're you? I'm here. I'm here, and you're you? It's fine... Why do I leave you with the arrow? Why? You are not just saying that. You don't have to go. If you're a fool, I'll crush you. Das war's für mich. Die ... Das ... Das ... Das ist ... Das ist ... mein Traum des Gottes. Das ist ... Warum ... Warum ... Warum ... Herr Herr, ich habe gerade Campus geöffnet. Ich finde fast diese E-Tele-E-E-R-E-R-E-R-I-E-R-G-E-R-E-R-E-E-R-G-E-R-A-T-R-H-A-T-H-A-T-H-A-T-H-A-T-H-A-T-H-T-H-A-T-H! Das war's für mich. Das war's für mich, Rex. Ich habe nur die Kraft. Die Schrauben und die Schrauben sind ziemlich großartig. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich nicht mehr aufgelenkt. Ich habe mich etwas aufgelenkt, Rex. Wenn ich mich nicht aufgelenkt, wenn ich mich nicht aufgelenkt, wenn ich mich nicht aufgelenkt... Ich habe mich nicht aufgelenkt. Ich habe mich nicht aufgelenkt. Das war's für mich. Wenn ich mich nicht aufgelenkt, zu sagen, was ich nicht aufgelenkt? Ich habe mich als viele Feupteure. Ich habe mich nicht aufgelenkt, Das ist McCurrude, durch das Gegenteil ist. Ich habe mich nicht aufgelenkt. Ich habe mich nicht aufgelenkt, dass ich mich aufgelenkt, Ich habe mich aufnesstenged. Ich habe dich aufgelenkt, dass ich mich nicht an, Aber ich habe mich aufgelenkt. Ich weiß nicht, dass ich das nicht so richtig tun kann. Was ein勝利! Ich weiß nicht, dass ihr die Macht hat. Ich weiß, dass es mir egal ist. Ja. Das ist einfach ein gutes Gefühl. Hm? Ich hoffe, es geht mit euch. Ich hoffe, es geht mit euch. Die Verständnis sind nicht nur ein, Herr. Aber wie ist die Welt? Ich spüre mich. Hä? Warum? Ich spüre mich, Sie können sich spüren. Ich bin der Welt, meine Welt und die Horde auch. Was? Die Böse ist sehr schnell. Die Böse ist nicht so schnell zu. Aber wenn ich Böse nicht so vor, der Böse ist, kann ich das Böse nicht verletzen. Der Böse ist so schnell? Der Böse ist so schnell. Soll es so. Wenn Böse sagt, muss ich auch immer noch nicht sagen. Es ist einfach nur ein Wunschum. Es hat auch schon ein Wunschumfes. Ich kann mich, dass ich das sehr schwierige, wenn ich an einer Arbeit schaffe. So. Ich liebe mein Mann, mein Mann, so ein Wunscher-Log. Wer kann Kroo nicht mehr tun? Ja, jetzt kommt er. Was sagst du jetzt wieder? Ich werde dich nicht mehr sagen. Ich werde dich wieder weg. Ich werde dich da! Also, du bist. Da habe ich jetzt noch nicht mehr gewonnen. Ich werde dich wiederholfen, aber ich werde dich in die Staffel gewonnen. Was? Was ist das, Dora? Muffuff! Der Driver, der Blade und der E-Tel-Energie benutzen wird, und die Arz zu erzeugen. Was sagen Sie immer noch so? Das ist es normal, nicht wahr? Aber Sie können jetzt nicht benutzen. Ah... Das ist für dieses Haus. Muffuff! Ihr habt auch die wichtigsten Dinge vergessen. Ich habe mich schon überrascht, was ich? Was ist das? Ich habe mich nicht mehr bewegen. Ich habe mich nicht vergessen, dass ich mich nicht vergessen habe. Ich habe mich nicht vergessen. Ich habe mich nicht vergessen. Ich bin auch mit mir zusammen. Ach so, ist es? Eーテル? Das ist genau, was ich. Grüß Gott, wegen der Frau, wird der eine sichere Energie von Ätherer in der Tat gesetzt. Das ist keine sichere Zeit. Ich habe das Kranstel mit den Kranstern geknämmt. Ich habe das Kranstel einen Erd, aber ich habe das Kranstel mit einer Art von Ätherer. Ich habe das Kranstel mit den Kranstern, mit den Schmutzern und der Schmutzern. Das ist ein Wettbewerb, aber das ist ein Wettbewerb. Wenn du dich in den Wegst, dann wird die Tür wieder gespricht. Ich hoffe, dass du in dieser Zeitstelle Energie verletzt. Was ist das, was du in dieser Zeitstelle? Das ist so, dass du hierher bist, dass du hierherst nicht erneut hast. Was? Als ich in der Reise bin, war es so schwierig. Ich habe auch die Arz nicht benutzt. Muffuffu... Entschuldigung. Wenn sich Hanna in der Reise kann, dann wird es besser geholfen. Das ist so. Ich mache das. Ich bin weg. Ich bin schon verletzt. Warte! Wenn ich die Krista aus dem Krenn aus dem Krenn aus dem Krenn aus, dann wird das Meeref ... Ich werde wieder aus dem Krenn aus dem Krenn aus dem Krenn aus dem Krenn. Hm? Was ich nicht wissen? Was? Du, ich wusste nicht, was ich nicht wissen, was ich nicht wissen. Das ist wirklich? Ich weiß nicht, was ich weiß nicht! Ich habe keine Ahnung, was ich verletzten, was ich nicht verletzten. Das ist doch egal. Das ist doch so. Tora, Hanna, bitte. Ich werde das nicht verletzen! Ich werde das nicht verletzen! Ich werde das nicht verletzen! Das ist das nicht verletzen! Ich habe das nicht verletzen! Ich habe das nicht verletzen! Das ist doch noch nicht verletzend. Der Herr kommt in die Flüge! Ich bin damit dran, was ich. Ich habe die Flüge nach oben gefahren. Das ist wohl so, dass es sich in der Flüge nach dem Wohnen ist. Ich habe es geschafft. Gut, dann geht es jetzt auch weiter ohne Pyra denn wir sind hinter Gittern angekommen und ja aber es war eigentlich alles vollkommen zu erwarten wie es hier läuft wir können jetzt direkt nach rechts gehen aber ich möchte erstmal kurz gucken was hier links ist hier ist noch eine andere Zelle, hier kommen wir aber nicht rein leider was ist hier unten Speichertür Schlösser knacken und altes Wissen brauchen wir haben wir, haben wir, haben wir alles, haben wir Abstellkammer, okay und ja, mein Schatz na, was kriegen wir wichtiges Item erhalten Eta im Alltag und ganz viel anderes, kleines Gedöns okay was das Item ist da habe ich keine Ahnung ich weiß nur, dass wir hier wieder Treppen latschen dürfen ach, schön wir können das da hoch und wir können aber hier wir gehen dann direkt mal hier hin einmal hier rum einmal die Aussicht genießen was? Tantal Ritter? wo? hey, 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 hey wir sind jetzt nur zu ich habe nur zwei Klingeln ausgerüstet naja, macht auch nichts macht auch nichts ist ja jetzt nicht ist jetzt nicht so, dass es schlimm soll die Karte machen wir erstmal kurz wieder klein wieder nach oben rechts als Minimap und dann gehen wir weiter dann kann man her, du oh, sogar zwei gut, gut aber hier soll ich mir locker durchkommen ich meine, hallo ne so easy ist ja nicht so, als ob ich nicht gelevelt hätte ne das alte Reichtümer, okay Zeke, Saika naja, sechkak kaihochstarao moe niger kaihochstarao kaihochstarao moe niger kaihochstarao moe niger moe niger moe niger kaihochstarao höchstarao kaihochstarao 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 oh, wir hätten den Weg auch alleine gefunden, du hihihihi gut haben wir die wieder bei uns haben wir die wieder bei uns und gehen wir mal weiter sonst hier runter so, dann machen wir doch mal das mal hier weiter zu Ende zack, zack hab ich jetzt, ob wir uns noch eine zweite, noch eine dritte Klinge ausrüsten sollten weiß ich nicht, weiß ich nicht die weichen wir auch recht oft aus, ne naja viel Erfahrung haben viel Erfahrung trocken die jetzt auch nicht, ne dafür, dass die irgendwie nicht unbedingt aufhalten wollen alter die entkommen hier kann ja nicht sein Wartenstufe 41 auf uns im Saal der Tugend der Tugenden, Entschuldigung auch keine Chance, du aber was hat das für eine Ausweichrate bitte, alter was haben die allgemein hier für Ausweichraten so oft weichen so oft ist mir noch keine ausgewichene Idee hier wir können jetzt hier links was ist denn hier außer zwei Gegner und ne drüber Tür die Türe doch ein Kernkristall nice sammelt da sammelt sich schon wieder an was Kernkristall angeht ab pro Kernkristalle ich habe ganz viele geöffnet gehabt da waren ein paar seltene Kling drin ist ich meine ich benutze die nicht deswegen habe ich die euch noch nicht gezeigt denn vielleicht kommt das noch Jo Schwesterknacken Stufe 7 gut gehen wir hier rein und gucken was hier drin ist Religienkammer oh ein Silber also eine Silberne Schatztruhe ein Nophorn Duplone na gut noch ein Schatz ein legendärer Kernkristall nice nice da befindet sich meistens meistens zu 100% ein 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 Dings drin die ignorieren uns ok gut dann tschüss da ignorieren wir die auch die oberen hier und dann gehen wir hier weiter mal gucken was jetzt hier passiert im Schneekorridor tschüss Ist dich okay? Ich bin gut. Ich habe einen Rundkisschen. Oh, aber ich habe immer einen Rundkisschen. Ich habe einen Rundkisschen und habe einen Schwerpunkt für ein Rundkisschen. Ich würde mich immer gerne sagen, dass ich einen Rundkisschenhäu sein hätte. Aber... Sie haben einen Rundkisschen. Sie haben einen Rundkisschen und einen Rundkisschen im Hintergrund. Sie haben uns einen Rundkisschen. Ich glaube, er checkt das auch, das ist von wegen hier, ne? Ein Saal der Ehre. Okay, dann... Wo kommst du denn her? Wo kommt der denn hinter mir her? Na gut. Ach, dieser Ausweichraten, ne? Die trocken aber hier alles mit Kernkristallen, die trocken wie nichts Gutes, ey. Die wollen unbedingt, dass ich wieder resoniere. Habe ich aber keine Lust zu, du. Habe ich keine Lust zu. Wolle nicht jetzt. Wobei, das da... Gab es ja ein Update, dass das resonieren alles viel einfacher ist. Also, wie man... Beziehungsweise, dass man skippen kann. Aber... Dann sollten die zum Beispiel nicht einfügen, dass man... Wenn man die schon skippen kann, die Sequenzen... Ich habe mich trotzdem... Bei den legendären Klingen... Möchte ich trotzdem die Videosequenz... Videosequenz sehen können. Ich meine, das ist auch dumm, wenn man die nicht... Wenn man die mit überspringt und man die wirklich eigentlich... Einer der Sachen, die man sehen wollte, nicht sehen kann. Und nur im Menü sehen tut. Wenn man die extra auswählt. Ihr wisst, was ich meine, ne? Moment, wir haben hier noch Gänge. Nicht, dass wir wieder so eine Schatztruhe... Übersehen, wie hier zum Beispiel. Gut. Da habe ich auch noch eine Tür. Hier oben. Da kann man nicht rein. Und was mit dieser hier? Oh, da ist man noch ein Schatz. Ich sag's ja, ich sag's ja. Wie übersehen, Schatztruhen. Wenn man hier nicht nachgucken. Gut. Dann war's das hier auch. Und dann gehen wir wieder auch weiter runter. So. Denn hier müssen wir ja hin. Und ich denke mal, hier erwartet uns ein Bosskampf. Oder? Hier erwartet uns ein Bosskampf. Natürlich erwartet uns hier ein Bosskampf. Bosskampf, natürlich. Das ist ein Bosskampf. Wenn ich den Rass aufs sind... Und ich bin ein Brother. ...duberst du hier auch mit mir schrauben. Aber wenn du hier bist, dass die Leute wirklich die Leute hier sind, dann musst du sagen. Ich möchte mir etwas nicht erzählen. Also. Das ist ein Bosskampf. Und danke, Schatztruhen. Ich denke. Das war's für heute. Das war's für heute. schon zu schütteln jetzt alle der homelie ok salke donna bräder katholische dägen da haben wir das ding kaputt was überlegt man da braucht man nicht sind eigentlich nicht lang überlegen hauen wir die einfach kaputt. So, Tantal Ritter. Alle Stufe 42, soweit ich sehe. Ja. Keine Chance. So. Die überleben nicht. Die leben nicht lange. Die leben nicht lange. So, und dann zack. Ausweichen können die trotzdem. So. Soweit ich weiß, es ist nur noch einer übrig. Soweit ich sehe, ja. Easy. Gut, dann kommt wahrscheinlich jetzt noch ein dicker, ne? Oder? Oder? Soweit. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2021 Hatshot! 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 500年だ 500年の間 我がルクスリアはサンクトスチェインを秘匿してきた なぜかわかるか 聖杯大戦で 公王国イーラは滅亡し 国の英雄アデルも帰っては来なかった 公王国イーラは あくまで英雄アデルを中心にまとまっていた国だった だが クソたちはそうではなかった わいらが英雄アデルの血脈やないやと そうだ 我が王家はイーラにあっては暴流 戦後の混乱に乗じて今の地位を得たに過ぎぬ それやったらただの散脱者やないか そういう時代だったのだ そうまでしても国を存続させねばならなかったのだ アデルの名前をつこうとでもか アルジナキアとのイーラでは多くの血が流れたというか それをルクスリアとして一つにまとめるには必要なことだったのか そういう時代の世界を救った英雄の伝説は人心に深く根付いている それを死生に利用したというわけか それでも世界を二度と焼かせないという思いは本物だったのだ そういう時代は何を言うか 何を言うことを言うか 早い話がうまいこと権力の座に収まっただけやろ ムカつく 歴史とはそういうものだ 我がスペルビアだっていつそうなるか ああ ケイケイに攻めることはできない アデルって人は本当に帰ってこなかったの? うん 記録では天の聖杯を封印した後に行方シレズとなっている 恐らくは帰国の途中 イズコかで命を落としたのであろう 行方シレズではありません なんといった天の聖杯 彼はアデルが全て予見していました 国が滅んだ後 人々がどうなるかを でも あえて戻らなかった アデルの意志でそうしたと なぜだ 日本の戦闘 あえて変わった 私の会員たちよ 私はアデルホルド Ich bin heute hier, der Herr Schreis aufgerichtet. Aber das ist nicht der Englisch. Ich komme zum nächsten Mal, das ist der Mann, die Menschen zu den Schreis aufgetreten. Ich will sie für sie in den Kohlsein zu tun. Sie ist die Hoffnung. Ich habe das Gefühl, dass man ein guter Mensch ist. Wenn man ein guter Mensch ist, kann man ihn zu retten. Ich glaube, dass er das Tag kommt und mit meinem Willen kommt. Er hat sich in den letzten Jahren erlebt, dass er sich in den letzten Jahren verabschiedet hat. Er sagte, dass er mich überrascht hat. Das ist ein Versuch. Ich hab auch das Gefühl, es ist das eine Abwechslung. Ich habe das Gefühl, es ist ein ein Abwechslung. Ja, das ist ein Abwechslung, ein Abwechslung. Aber wenn du nicht, dass du dich mit euch anstrengst, dann kannst du dich anstrengst. Anstrengst du dich anstrengst? Ich weiß nicht, was ich aus dem Motto ist. Ich weiß nicht, ob ich es nur mit Blades und Blades verabschiedet habe. Oder... oder... Aber ich denke, das war ein Verständnis. Für die Menschen... Was ist das? Was ist das? Das ist das, was wir hierherbekommen? Wir haben uns nicht geschehen, sondern wir haben uns nicht geholfen. Was? Was ist das? Es ist das, was wir? Sajy! Ah, Baka! Was ist das? Was ist das, was wir? Was ist das? Was ist das? Es gibt eine Sanktos-Chain, die durch die Sanktos-Chain verwendet werden. Ich habe schon gesagt, dass die Eter-Energie durch die Sanktos-Chain verwendet wird. Wahrscheinlich werden die Sanktos-Chain verwendet, dass die Sanktos-Chain verwendet wird. Was ist das, was ich verletzt? Das hätte ich auch nicht gut gewusst. Aber das war keine Sanktos-Chain? Wenn ich diese Sanktos-Chain nicht gerne habe, beides mordern. Ich kann nicht mehr die Sanktos-Chain! Ich bin 100 km für eure Sanktos-Chain. Ich bin 20 km von der Sanktos-Chain. Ich bin 100 km, da ich der Falle nach dem Wasser nach unten. Das ist ein Wettbewerb. Ah, ho! Das ist wirklich gut. Bon, ich habe einen riesigen Pot in der O-Kur-Minam. Ich bin nur von euch. Die Leute und die Stadt... Ich bin egal. Ich bin egal. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe keine Chance, ob ich das alles verletzt habe. Ich habe keine Chance, ob ich mir alle helfen kann. All das Gerät ist nicht möglich, dass ich die Verletzungen nicht so gut. Ich habe nur die Verletzungen nicht zu machen. Ich bin doch nicht sicher, dass ich mich nicht zu machen. Also habe ich ein paar Dinge verletzungen, ich habe das Gerät nicht. Ich habe es nur noch einen Moment, umsonst zu machen. Diese Gerät war damit mit den Sanktos-Chaines? Das war's für heute. Ja, das stimmt. Wo ist das? Das ist der Hauptsache. Das ist der Hauptsache. Das ist der Hauptsache. Ich gehe. 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 Hormura? Hormura, ist das ein Grund? Ich gehe, aber ich kann es helfen. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Ich gehe. Das ist das. Ich gehe. 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 Ich gehe dieses Ziel. Ich rufe. Dann werde ich nur mit dir sein. Ich gehe. Ich gehe nur mit dir aus. Ich gehe. Dasi liegt nicht. Es ist das... Was ist das für die Welt der Welt? Nein, das ist für die Welt. Was ist das für die Welt? Das ist der König, oder? Ich weiß nicht, was ich sagen. Rex, was du? Meref? Das ist nicht so. Was ist das für die Welt? Zeig. Es gibt einen Ort von Sancto-Stain. Es gibt einen Punkt. Oh, komm! Ich habe mich überrascht. Zeig. Mein Vater! Ich habe mich für die Welt. Ich habe mich überrascht. 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 Ich werde mich überrascht. Was? Kein Wunder, dass das Ding sinkt, ALA, ihr habt jetzt voll im Kopf geschossen. Der Weg zur Omega Fest ist leider kein Spaziergang. Diese Stadt hier, Theosoea, liegt am obersten Rand der Schneefelder. Wenn ihr draußen vor dem Platz nach links schaut, seht ihr die Ruinen des Theospiti-Tempels, Ruinen mitten in der Stadt. Yep, und zwar welche von der richtigen Ruinierten ... Ruinierten-Sorte. Jedenfalls gibt es hier hinter diesen Ruinen irgendwo ein Tor. Das Theosir hinter Tor. Da müssen wir durch. Und danach müssen wir nur noch eine halbe Ewigkeit in den Säulen nach unten folgen. Das klingt ja super einladend. Aber Zeit drängt oder Schnee... Schnee im... Schnell in Schneefelder rein. Hey, ich war noch nicht fertig. Aber erst durch die Genbu Schneefelder durch. Irgendwann erreichen wir dann den alten Säulenkorridor. Den durchqueren wir dann. Finden wir die Omega-Fessel. Reiseplan, reiseplan, grausig lang. Tora wird schon vom Zuhören dösig. Oh, Meisterpond sieht wirklich dösig aus. Das ist Schätze, Tora. Es geht hier um Zirkus Heimat. Das ganze Land braucht uns. Tora wird gebraucht. Tora ist heilwacht. Tora wird in der Führung. Lass es beeilen. Wir müssen uns beeilen. Danke, Kameran. Das vergesse ich euch nie. Also nochmal. Raus hier und dann links rum. Und dann... Tora weiß den ganzen Weg auswendig. Also alle Tora nach. Ja. Die Mitgliedergruppe haben sich nicht geändert. Ein Schlüsselerfolg für Mufra. Auch gut. Dann würde ich sagen, wir gehen den nächsten Partner da raus und gehen die Omega-Fessel lang. Was? Ja, wie dumm kann der König sein, ne? Also ganz mal ehrlich. Wenn er daneben schießt, dann trifft er doch den Schildkröten-Hedger verpasst. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, Ben, danke mich für das Zuse und bis zum nächsten Mal bei Xenoblade Chronicles 2. Tschüss.